Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar habe ich hier in meinen Händen die Bums Box, also die Bild am Sonntag Snack Box. Sammy ist auch ganz gespannt, denn es gibt natürlich wieder was zu essen. Nicht für ihn, aber naja, wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen die Box zu öffnen und zu vernaschen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und das Coole ist ja, dass ich eine Kooperation mit BoxPalace.de habe. Dadurch bekomme nicht nur ich die Box kostenlos zugeschickt, sondern ich kann auch eine Box an einen von euch verlosen. Alles was ihr dafür tun müsst, steht unten in der Infobox drin, also schaut gerne vorbei. So, jetzt machen wir das gute Stück mal auf. Da liegt schon was drauf, aber ich nehme jetzt erstmal alles raus. Liebe Claudia, mit diesem bunten Snack Mix wird garantiert jeder Abend zu einem Fest. Lass es dir schmecken. Liebe Grüße, Charlotte vom Bums Box Team. Danke liebe Charlotte, ich bin wirklich gespannt. Ja, also quasi ein Snack-Abend. Das finde ich gut. Kann man immer gut gebrauchen, ne? Mein Freund hatte jetzt letztens Geburtstag, ich hatte Geburtstag. Mein Geburtstag ist ja schon gefeiert, der von meinem Freund wird noch gefeiert. Das heißt, die Snacks könnten dann auch sehr gut für seinen Geburtstagsabend genommen werden. Und obendrauf lag von Fuego Nacho Zips. Gucken wir mal, wie scharf die sind, ne? Also ja, da ist auf jeden Fall schon mal ein Kaktus drauf, der einen mexikanischen Bart, einen mexikanischen Hut und eine Ukulele hat oder eine Gitarre. Man weiß es nicht. Und die sind gesalzen. Also ich denke nicht, dass die allzu scharf sein werden. Mexican Cantina Style. Das riecht so ein bisschen wie Kropuk beim ersten Schnüffel. Und das sind so runde. Die riechen einfach wie Tacos, Nachos. Schmeckt gut, aber nicht außergewöhnlich. Also, wenn ich mir so Nachos oder Tacos hole, dann hole ich die meistens in der Käsevariante. Und dazu braucht man auf jeden Fall noch einen von diesen Dips, die auch hier hinten abgebildet sind. Ne? Also, die holen wir uns sonst immer. Ja, aber kann man auf jeden Fall essen. Snacken. Toll, jetzt habt ihr meine Tollpatschigkeit beobachten können. Mist. Mein Strauß ist mir etwas abgefackelt. Ah! Na sowas aber auch. Wir leben hier sehr gefährlich. So. Jetzt kommen wir zum Inhalt der, äh, zum normalen Inhalt der Box. Das ist eine Box zum Glücklichsein. Das ist die Bild am Sonntag Snackbox. Und die kommt immer in diesem Design. Das ist quasi dieses Holzdesign. Und, ja. Glücklich sein kann ich sehr gut gebrauchen, denn ich habe heute die Information bekommen, dass die Reparatur von meinem Auto 2000 Euro kosten wird. Geil. Dann gönnen wir uns mal ein bisschen was zum Glücklichsein. Hier ist ein Heftchen, wo drinsteht, was drin ist. Da habe ich hier dann noch einen Flyer von Energieliebe drin. Vielleicht ist da ein Energy Drink mit dabei. Das finde ich ganz interessant. Von meinem Müsli. Die übliche Werbung. Und als erstes habe ich hier diesen passenden Dip zu den Nachos. Sehr gut. Da werden die Nachos wieder rausgeholt. Fuego Jalapeno Cheese Dip Hot. Okay, das wird also scharf sein. Joa, riecht schon sehr gut nach Paprika. Dann, äh, ne? Gönnen wir uns mal. Also, ne? Guten. Fruchtig. Aber nur ein bisschen hinten im Hals hat man die Schärfe. Hier vorne sind so richtige Stückchen. Die nehme ich mir mal mit dem Chip. Gucken wir mal. Schmeckt wohl ganz gut. Also gerade bei den Temperaturen ist es auch mal eine ganz gute Erfrischung, weil das sehr fruchtig schmeckt. Ich hatte allerdings auch nur den Schärfegrad 1. Das finde ich dann auch sehr freundlich. Und da beschwere ich mich auch nicht. Denn dann kann man da auch ein bisschen mehr von essen. Ja. Aus Sicherheitsaspekten habe ich die beiden Kerzen hier oben einfach mal ausgemacht. Denn, ähm, ne? Besser ist das gerade. Denn wenn es warm ist, bin ich noch tollpatschiger als sonst. Und das wollen wir nicht. So. Als nächstes habe ich hier ein Getränk. Und zwar von Fruge Fruit Butt Bottled. Think Beach. Drink Peach. Okay, das wird dann wohl Fiersig sein. Peach and Passion Fruit Smoothie. Ach, ein Smoothie. Okay. Bin ja ein Flaschenkind, ne? Ich mag sowas immer gerne direkt aus der Flasche trinken. Wir sind ja unter uns. Prost. Ja, schmeckt ganz gut, ne? Ist jetzt nichts Besonderes. Es ist einfach ein Smoothie mit Passionsfruchte und Fiersig. Aber schmeckt gut. Wobei für mich Smoothies jetzt nicht unbedingt was mit Party zu tun haben. Was ein bisschen mehr mit Party zu tun hat, ist, ähm, dieses Produkt. Das sind Schokofürfel. Und, äh, das ist die Box Dankeschön. Ich glaube, jeder weiß, wie die schmecken. Deswegen werde ich die jetzt nicht öffnen, weil wir die dann wirklich auch zum Geburtstag hinstellen können. Und dann ist sie halt noch original verpackt. Ähm, ich finde es unheimlich süß, dass Rittersport hier auch auf die einzelnen kleinen Verpackungen draufgeschrieben hat. Dankeschön. Und haste nicht gesehen, ne? Schon süß. Da sind auch noch andere. Aber das werde ich jetzt natürlich nicht probieren, denn ich mag sehr gerne Rittersport. Und das bewahle ich mir dann entsprechend auf. Ja. Guck mal, wie schön das auch von oben aussieht, ne? Kann man gegebenenfalls sogar auch noch weiter verschenken. Man weiß es nicht. Cool. Auch das ist etwas, was mich sehr an Party erinnert. Und zwar von Tefe ein Popcorn. Aber hier steht Nachtischtee. Zuckerfrei und Spaß dabei. Also das scheint wirklich so ein, so eine kleine. Ne. Für eine Tasse Tee einen Beutel mit sprudelnd kochendem Wasser aufgießen und 5 bis 8 Minuten ziehen lassen. Nur so erhaltet ihr ein gutes und sicheres Lebensmittel. Ach, das ist Tee. Nachtischtee, der nach Popcorn schmeckt. Jetzt habe ich es. Okay, das ist interessant. Ich habe mich schon gewundert, warum macht Tefe auf einmal Popcorn? Ist das Popcorn mit Teegeschmack? Nein, es ist Tee mit Popcorn-Geschmack. Ach, und das ist zucker- und kalorienfrei, natursüß, zahnfreundlich, ohne künstliche Zusatzstoffe und hilft dabei genug zu trinken. Ja, weil es gut schmeckt dann, ne? Oh, das riecht sehr, sehr süß. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt dann für eine Party sehen, ne? Weil einen Tee trinkt man jetzt nicht so oft auf Party. Vielleicht einen Eistee, aber einen Eistee? Popcorn-Eistee? Naja, also passt für mich jetzt nicht so hundertprozentig zum Thema. Ist aber mal eine interessante Geschichte für einen kuscheligen Kaminabend. Aber jetzt nicht unbedingt für ein Sommerfest, oder? Was meint ihr? Ich finde, das hat nicht so viel hier in dieser Box zu suchen. Ganz anders sieht es hier mit diesem Produkt aus. Jelly Belly. Ein Fruchtmix von diesen Jelly Beans. The Original Gourmet Jelly Bean. Ja, da hast du halt diese Jelly Beans. Die sind ja damals, als Harry Potter so groß geworden ist, auch so bekannt geworden. Weil die ja quasi die Bertie Botts Bohnen der Realität sind. Und die hier schmecken jetzt aber tatsächlich lecker, weil die alle nach Früchten schmecken. Sonst hast du ja auch irgendwie so eklige Sachen mit dabei, die ganz furchtbar schmecken. Ja, gucken wir mal. So, hier habe ich einen grünen. Und das wird sein Wassermelone. Oh ja. Sehr künstlich, sehr süß. Schmeckt aber eher nach Kaugummi. Ist auf jeden Fall eine witzige Sache, die man so schön in der Schale halt auf die Feier stellen kann. Ja, so an die Candy Bar oder so. Dann habe ich hier zweimal Mr. Tom. Das ist einmal klassisch mit Peanuts. So rum. Und einmal Mr. Jim. Das ist, ja, Schokolade mit Erdnüssen. Die habe ich beide schon probiert. Die kenne ich auch beide und die mag ich auch sehr, sehr gerne. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Für den hier ist es jetzt gerade etwas warm. Das merke ich auch. Also der muss jetzt definitiv in den Kühlschrank. Ja, und den werde ich mir morgen früh gönnen. Das ist einfach super süß. Sehr hart. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber beide mag ich richtig gerne. So, auch das hier ist jetzt nicht unbedingt etwas für ein Sommerfest, finde ich. Zum Aufleben. Intensiv, klar. Japanische Minze. Das sind Bonbons. Original japanisches Minzöl und Menthol. So frisch wie eine polare Brise. Die weiche Füllung zergeht nachhaltig auf der Zunge. Machen Sie Ihren Tag zu einem Erlebnis in Hülle und Fülle. Die Dreitanen-Qualität. Also sowas Frisches hat für mich auf der Party nichts zu suchen. Boah, es riecht auch schon ganz intensiv, ne? Sie sehen ein bisschen aus wie Eisbonbons. Riechen sehr minzig. Ist jetzt echt nichts Spektakuläres, ne? Ja, es ist ein Minzbonbon. Aber für mich nichts für ein Sommerfest. Na ja. So, dann habe ich hier etwas, das stand halt auch eben im Flyer. Energieliebe. Energy Revolution. Dein natürlicher Zwei-Komponenten-Energy-Drink. Aus Kokosnusswasser, Superfoods und Koffein. Aus Guarana und grünem Tee. Baobab. Und dann hast du hier noch was mit dabei. Und ich denke, dass das das Superfood sein wird, was man sich da reinmachen muss. Ein Kickstick Power Powder. Okay. Also, man nimmt den Energy Drink, macht dieses Moped erstmal ab. Dann nimmt man den und öffnet den. Zack. Riecht einfach nach irgendwelchen Säften, die zusammengemischt wurden. Dann nimmt man sich diesen Pulvergedünnsraum, den Kickstick. Das riecht irgendwie halt nach Granulat. Das macht man dann in das Ding rein. Macht es wieder zu und schüttelt es. Das ist übrigens vegan. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Granulat braucht, um sich aufzulösen. Ich sehe da halt noch so feine Stückchen, sehe ich da drin. Und dann soll man das trinken können. Ach so. Ist nicht für Kinder, nicht für Schwangere und nicht für stillende Frauen. Mhm. Weil es 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein hat. Es riecht nach einem Fruchtsaft. Eigentlich ganz lecker. Hat natürlich jetzt durch das Schütteln so einen Schaum oben drauf. Prost. Schmeckt nach Eistee. Schmeckt auf jeden Fall echt gut und erfrischend. Also ich finde es lecker. Und das könnte man vielleicht so als kleinen Energiekick zwischendurch auf einer Party nehmen. Ansonsten wüsste ich keine Kombination zu einer Party. Naja. Ganz anders fällt es sich hier bei diesem hier. Das sind ja so klassische, ja, so ein klassischer Funmix, den man so hinstellen kann, um den halt auch in so eine Candybar zu packen oder so, ne. Auch das. Einfach Weingummis. Finde ich total lecker. Original holländische Qualität. Von Red Band. Das sollen, glaube ich, Schuhe sein, oder? Jetzt habe ich mich ja als Kind immer gefragt, was das sein soll. Das sind ja holländische Weingummis und wir wohnen ja in der Nähe der holländischen Grenze. Deswegen gibt es bei uns auch immer Hollandmärkte oder auf normalen Wochenmärkten so große Süßigkeitenstände eben von holländischen Verkäufern. Deswegen kenne ich die und ich mag die richtig gerne. Die sind ein bisschen weich, aber jetzt zum Beispiel nicht so weich wie Haribos, ne. Also ein bisschen fester, aber auch nicht zu fest. Also ich mag die richtig gerne. Ich bin damit halt groß geworden und mag die richtig gerne. Ja. Gute Geschichte. Tja. Das letzte Produkt hat für mich null, aber auch rein gar nichts mit einer Party zu tun. Von Verival Bio Dinkelwaffeln. Das hat für mich nichts mit einer Party zu tun. So was stelle ich mir gerne als Snack zwischendurch auf meine Arbeit, ne. Aber Dinkel ist tatsächlich noch eine Stufe härter als Reis- und Maiswaffeln, finde ich, ne. Das ist noch gesünder. Die sehen halt ganz klassisch aus. Wer kennt sie nicht? Die normalen Reiswaffeln. Und das ist jetzt aufgepockter Dinkel. Riecht auch sehr gesund, ne. Sehr nach Getreide. Bisschen dünner. Am Rand siehst du auch richtig noch die Schalen von den einzelnen Körnern. Ne. Sehr trocken. Also bin ich jetzt nicht so glücklich drüber, muss ich gestehen. Aber muss jeder für sich selbst wissen. Die Produkte haben für mich jetzt nicht so ultra zum Thema Sommerfest gepasst. Also, nee. Da dann doch lieber anstatt von diesen Bio Dinkelwaffeln ein paar Salenstangen oder sowas. Das wäre irgendwie cooler gewesen. Richtig super fand ich die Nachos mit dem Dip. Das ist für mich absolut Party. Einen Tee oder Minzbonbons haben für mich auf der Party auch nichts zu suchen. Aber es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Sommerfesten. Ich meine, mir hat alles geschmeckt, aber es hat nicht unbedingt zum Thema gepasst, ne. Naja. Die Box erscheint ja monatlich oder alle zwei Monate. Je nachdem, was für eine Aboform du so wählst. Und der Wert der Produkte liegt immer über dem, was du für die Boxen bezahlst. Und ich blende hier auch mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Und bin echt gespannt. Ich kann das nicht so gut sagen. Ich sag mal 20 Euro für die Produkte. Weiß es aber auch nicht. Ja. Wie hat dir denn die Box gefallen? Da kannst du sehr gerne mal hier oben abstimmen. Das würde mich auch total interessieren. Mir persönlich hat sie ja nicht so gut gefallen. Auch wenn ich die Produkte gerne esse. Aber zum Motto hat es nicht so gut gepasst. Ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal in meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Ja. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.